Chat. Kronen in Fall Guys gewinnen. Erfüllt einen nicht, wenn man das nicht mit Freunden zusammen machen kann. Ich habe mir Timoros und Tamumba geschnappt. Dann haben wir zusammen einen Kronen in Angriff genommen. Und da wird es einen Plot-Twist geben. Den werdet ihr nicht erwartet haben. Auf gar keinen Fall. Alles hat sich geändert. Freundschaft hat gewonnen. Viel Spaß bei der Runde. Es wird euch mit Wärme und Liebe erfüllen. Genauso wie das Drücken auf den Subscribe-Button auf dem Blast Gaming-Kanal hier. Macht's gut. Oh nee, Digga. Die sind furchtbar. Müsst du hoffen, dass er vorne spawnt. Ah, ich spawke vorne. Natürlich letzte Reihe. Ja, hat er aber recht. Nein. Nicht on the edge. Jetzt bin ich komplett on the edge. Thema aus dem Weg. Wir beide. Schön nach links. Auf die Linie, auf die Linie. Beim Busel. Verwirrung. Ich will ja die Verwirrungskarte spielen. Ah, ich bin... Warum bin ich dagegen gelaufen? Das war so schlecht. Nein, 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 nein. Ach, deswegen. Ja, gut. Nevermind. Andere Seite, andere Seite, andere Seite, andere Seite, andere Seite. Nein. Ich glaube, ich bin raus. Das ist das schlimmste Anfang. Nee, 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 nein, nein. Wippen, Wippen geht übel lange. Das geht immer übel lange, weil... Okay. Weil sich da alle immer gegenseitig runterhauen. Diesmal warte ich ein bisschen ab. Wird nicht machen sollen, ne? Wird durchlaufen sollen. Och, ich raste komplett aus. Wirklich. Ob ich da sauer werde? Ja, wirken es einfach. Ein grauenhaftes Spiel. Absolut grauenhaft. Wartet doch mal, Leute. Die springen alle in den Tod einfach. Leute, versucht. Nachzudenken. Frag ich es, wie viele Leute vor mir sind. Termina, wie läuft es bei dir? Sehme. Sehme. Ich habe gleich das nächste Level erreicht. Aber ich komme noch rein, glaube ich. Ich schaffe es noch. Ey, du, diese... Der eine will mich festhalten. Die Audacity, mich festzuhalten. Ne, du bleibst hier. Die fucking Audacity. Scheiße. Ja, da laufen zu viele Leute rein gerade. Hier sind wir zu viert. Tim, lauf. Ja, scheiße. Ich habe leider nicht mehr. Meinst du? Ja. Scheiße. Doch. Oh! Tim, du bist der Letzte. Ich bin auch leider wieder raus. Scheiße. Ja, warte. Wippen ist einfach ein Drecksspieler. Ja. Man denkt halt immer, man fällt fünfmal runter. Man kommt nicht mehr ins Ziel. Und dann fällt einem auf, dass alle runterfallen dann dauernd. Das ist eigentlich voll leicht nur ins Ziel geht. Noch mal dabei sein. Noch mal frei sein. Das macht ganz... Mal alles geben. Und jetzt nochmal rückwärts, rückwärts, rückwärts. Wann wart ihr das letzte Mal auf einer Kirmes oder sowas? Boah, ewig her. Gar keine Ahnung. Und was ist das schlimmste... Oh, Corona, sag. Was ist das schlimmste Karussell? Ist es der Breakdancer? Ich traue mich, weil ich hier Karussell seit 8 Jahren war, weil ich überrasch habe, dass mir das schlecht wird. Deswegen bin ich da nicht so Karussellgänger. Ich war auch schon ewig halt nicht mehr in solchen Dingern. Immer nur so da, um zu fressen und anderen Leuten beim Leiden zu trinken. Oh mein Gott, muzen. So, Kirmes essen, hittet einfach. Einfach geil. Dann ist danach übelster Stein im Magen so, aber es ist auch geil so. Alter Blast, du Maschine. Ja, das ging aber auch flüssig alles. Ja, das war sehr süß. Das ging aber wirklich flüssig. Bist du wieder Team Gold oder was? Ich bin Team Gold gewesen. Ach man, ich kann nicht mehr, ey. Oh Gott. Ganz am Rand stehen einfach, Tim. Das kriegst du hin. Ah ja, ja, ja. Nee, einfach an der Spitze von dem Pin. Ja, ich wollte versuchen, aber jetzt, jetzt. Jawohl. We did it. We stay winning. Play. Depp. Twitch Prime ist das Gegenteil von Wippen. Wippen sind scheiße, Twitch Prime ist nicht scheiße. Ja. Boah. Das Game hier. Allerdings ist scheiße. Die sehen ja überhaupt nicht aus wie Pinguine. Das ist so. Bitte? Ja, wer hat sich den Namen ausgedacht. Pinguine. Klar. Pinguine. Klar. Warum lesen die deine Nachrichten? Nur weil das meine Homies sind. So. Ihr müsst noch supporten hier. Die zwei Views, auf die kommt es an. Oh Mann, ich liebe diese. Guckt euch die an. Oh. Ich brauchst du sie in meinem Pinguin losgelassen. Scheiße. Ich will so ein Ding zu Hause haben. Aber ich bin schlimm als Burke kauft. Yo. Ich hab einen. Ich auch. Lass mich in Ruhe. Hey, lass mich in Ruhe, wenn du mich hörst. Lass mich in Ruhe. Ganz wichtig, dass ihr mich jetzt in Ruhe lasst, Leute. Oh nein. Ich bin an der Kante hängen geblieben. Mein Pinguin ist weg. Geh miese Pinguin. Verhau auf mich zu deutschen Pinguin. Nein. Brauch den hier. Ich sehe nichts mehr. Tim, ich hab oben einen Pinguin für dich. Ich komm hoch. Ja, nevermind. Bin schon durch. Den hatten wir anders jetzt. Scheiße. Ich hätte den kurz runterlassen sollen. Oder hätte ich zu dir laufen sollen, damit du ihn halten kannst, glaube ich. Das ist jetzt super knapp hier. Geh mal mit der Turbine nach oben. Mit der großen. Mit der großen nach vorne. Es gibt eine große. Ja, ja. Mit der großen gehst du hoch. Da fallen ganz viele runter davon. Oben sind zwei. Da vorne. Da vorne. Da vorne. Den holst du. Nimm. Halt den einfach. Einfach halten. Einfach halten. Legende. Das checkt ja gar keiner. Der ist ja übel. Ja, da oben despawnen die Leute immer. Und dann fallen da die Pinguine runter. Und meiner. What the fuck? Alter. Was ein. Ein Macher. Das ist ja what the fuck. OP-Move. Sehr, sehr gut. Sehr mehr kostenfrei. Sehr mehr kostenfrei. Das ist alles. Das ist ein Timing-Game. Das ist ein Timing-Game. Nur laufen und Timing. Oh. Das war kein gutes Timing für mir. Das ist auch ein Rhythmus-Game irgendwie. Das ist auch irgendwie ein Musik-Game. Ist so ein bisschen wie Beat Saber. Nur ist nicht Beat Saber. Ein bisschen wie Beat Saber, aber halt nicht Beat Saber. Genau. Scheidet aus. Diese Tunes hier. Oh nein. Sie kommt. Die Turbine. Sie kommt. Scheidet aus. Bitte. Wie viele Sekunden noch? Oh. Ja. Dann wäre. Okay. Bei dem Finale, Tim. Ich bin so stolz auf euch. Hol's nach Hause. Wir sind einfach zwei von sechs. Das ist ein Drittel Chance, oder? Das ist immer 50-50, Tim. Entweder will er gewinnen oder halt nicht. Ja, Mann. Oh, Sprungprobe. Oh nein. Das ist ein OG-Game, ne? Sollen wir daran denken, Tim? Wenn der unten zu schnell wird und du nicht mehr durchkommst, immer gegen den oberen hüpfen. Das ist besser, als gegen den unteren zu fallen. Okay. Man kann so ein bisschen gegen den oberen bumpen. Lieber den Kopf stoßen oben. Ja. Fallen diese Plattformen auch irgendwann runter? Junge, der hat mich direkt festgehalten, der Assassin. Tatsächlich. Die Plattformen fallen auch irgendwann einfach. Ich bin jetzt aber ganz alleine hier drüben. Ich bin nicht ganz alleine. Warum fallen die Plattformen? Oha. Ja, weil die runterfallen halt, ne? Ist das aber doch blöd. Naja, ist halt so. Da sind auf jeden Fall Leute, die festhalten. Da musst du aufpassen. Und am besten mal rechts auf der Plattform stehen. Da hast du mehr Optionen. Rechts. Ja. Also weiter rechts am Rand. Finde ich persönlich angenehmer. Aber vielleicht ist es bei dir anders. Da fallen schon übel viele Leute runter. Ja, ich weiß, was du meinst mit Kopf stoßen. Lieber an den Großen jetzt. Ja. Ich werde festgehalten. Nicht mehr. Keine Panik. Keine Panik auf der Titanic. Tamina, bitte gib uns Energy. Ich glaube an euch. Spürt ihr die Vibes? Ja. Slay. Oh, das ist so. Das geht gut. Das tut mir leid. Warum steht noch einmal der Links, wenn rechts besser ist? Super viele Leute fest. Unehre. Ist das nicht hier nur noch Glück, wer gewinnt? Theoretisch können alle gewinnen, soweit ich weiß. Ich habe mal einen rausgehauen. Krass. Themen drinbleiben. Achtung. Oh, als hätte ich ausgesinnt nicht gehalten, Leute. Zwei sind raus. Stark. Stark. Noch einer raus. Oh mein Gott, wie krass seid ihr? Alter. Oh mein Gott. Das kannst du mir nicht antun. Ich kann. Oh nein. Der Ross. Der war so ein Heroplay. Der war so ein Hero. Ich habe wirklich alle Leute rausgehauen. Junge. Aber das war funny. Wir hätten sogar zu zweit gewinnen können, glaube ich. Aber dann hätte es halt sein können, dass du verkackst. Und dann gewinne ich. Da hat sich Spaß gemacht. Ich habe halt irgendwie vier oder fünf Leute einfach rausgeschubst so. mit dir. Du brauchst die Sendung.